Achim, jetzt weiß ich, wie die beiden das machen. Adam, der sprach nach sieben Tagen, und ehrlich, ich muss dir sagen, die Erde ist schön. Aber mir scheint, du hast in Essen das Wichtigste vergessen, so wird es nicht gehen. Menschen brauchen auch Musik und Gesang, fröhlichen Klang, ein Leben lang. Aber unser Herrgott lächelt und spricht, du denkst an Böhmen nicht. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Glaub mir, aus Böhmen kommt die Musik, zu Herzen geht jedes Stück. In diesem wunderschönen Land ist jeder ein Musikant. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Glaub mir, aus Böhmen kommt die Musik, zu Herzen geht jedes Stück. In diesem wunderschönen Land ist jeder ein Musikant. Glauben?